Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Barbie Nahrungszubereiter Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Die Besten Barbie Nahrungszubereiter Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Barbie Move Nutri Barbie. Bei Barbie Move erhalten Sie zwei verschiedene Geräte für einen tollen Preis. Einem System dient dazu, eine Reihe von verschiedenen Lebensmitteln zu dämpfen, die auf zahlreichen verschiedenen Graden, kann, sowie das zweite Gerät verfügt über einen Mischer gekocht werden für Schneiden als auch Pürieren essen. Der Dampfer funktioniert vollautomatisch und auch mit einem Alarmsignal abschaltet, wenn die Sammlung Essen Vorbereitungszeit zu bekommen ist. Der Mixer ist zusätzlich mit einem LCD Bildschirm, auf welche Daten ausgerichtet wie die restlichen Kochzeiten und weitere Änderungen bequem aus eingesehen werden kann. Beide Tools sind ästhetisch und erteilt jedoch noch verbunden. Vielen Dank an die Möglichkeit einer Anpassung der Nahrungsvorbereitung Grad, vielen Dank an die riesigen Kücheraum von 1500 ml, das Haushaltsgerät ist auch ideal für die Herstellung von großen Mengen und auch sogar für die ganze Familie. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Barba Barbie Cook. Die Passiermühle Barba 4 in 1 verfügt über eine separate Essen Vorbereitung Gerät, ein aufsteckbarer Mixer, sowie volle Kind Mahlzeiten schnell zubereitet werden können, sowie leicht. Die Flaschen Wärme wurde speziell positiv, in denen mit das Mixergerät entfernt, Baby, die Flaschen schnell und günstig beheizt werden können. Die Kapazität des Dekochstelle ist 1,1 Liter, das ist sehr ordentlich, im Gegensatz zu anderen Modellen. Das kompakte Toll ist auch einfach zu verstauen und auch ist bereit für den Einsatz wieder schnell. Bedauerlicherweise hat die anhaltende Untersuchung ergab, dass die Bedienung etwas schlechter ist im Vergleich zu verschiedenen anderen Modellen, die die Lebensdauer der extensiven Nutzung beschränkt. Dies ist aufgrund der etwas schlechteren Verarbeitung der Kunststoffteile. Der Erwerb ist besonders lohnend, wenn Ihre leicht verfügbaren Speicherplatz beschränkt ebenso ist, wie Sie sich wünschen. Nutzen das Toll nur sporadisch zum Heizen, Auftauen oder mischen wie auch immer. Aufgrund der Tatsache, dass dann ein wenig minderwertige Handhabung macht, Prinzip nicht erkennbar. Auf Platz 3, haben wir die Philips Aventus CF 875-02. Philips Kosten mit Hangetol ist ein 4 in 1 Säugling Küchenmaschine, die ermöglicht es Ihnen, Auftauen. Erhitzen, Dampf und Pur-E. Die Handhabung ist wirklich komfortabel und auch einfach als auch ebenso die reinigende Idee im Test überzeugen könnte, da alle Teile außer das System mit dem Motorgeschirrspüler risikofrei sind. In den mitgelieferten Behälter lässt sich das fertige Essen bequem gehalten und gehalten in einer super Lage. In dem Ihr die Fähigkeit, Wärme, der Sie sich sofort, Sie sind nach, die Sofortbereit, noch einmal zu dienen. Das Modell überzeugte vor allem wegen der großen Fähigkeit von einem Liter, da es ausreichend groß für zwei hungrige Mäule ist. Zum Gerät selbst gehören ein 120 ml Vorratsbehälter und ein Rezeptbuch, so dass Sie sofort mit der Zubereitung beginnen können. Wenn Sie das Wasser am Behälter einfüllen, können Sie bequem feststellen, bei welcher Garzeit die Wassermenge gleich ist, und Sie entsprechend anpassen. Um Zug auf Nummer 2, haben wir die Nuuk 10.256.304 Baby. Das Modell der Nuuk ist Reiniger sowie Mixer in einen und ermöglicht eine sanfte sowie schnelle Vorbereitungsarbeit an kleinen Gerichten. Als ein 4-in-1-Mixer können Sie das Gerät vorsichtig auftauchen und erhitzen von Tiefkühlkost, zusammen mit Puri und auch schwere Dampf. In Folge dessen alle Arbeitsschritte können durchgeführt werden in nur einem Gartgut so gut wie du musst nicht eisigen frischen Lebensmittel zunächst von Hand auftauchen. Die Kapazität ist groß mit 900 ml. Neben der Funktion als ein Säugling-Passiermühl, können cremigen Smoothie mixen in kürzester Zeit überhaupt. Sie so können Sie immer noch das Tull später, auch wenn Ihr Kind im Breialter von angebaut wird. Für diese Funktion ist ein besonders gesundes Multimesser in der Sendung, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse auch feinere sind enthalten. Nuuk verwendet zusätzlich eine Vielzahl von Geräten angeboten als Ergänzung zu dem Gerät, so dass Sie allmählich in eine multifunktionale Gartgut für die Vorbereitungsarbeit sowie Lagerung. Wenn man bedenkt, dass ein Rezeptpamphlet bereits enthalten ist, können Sie mit dem Werkzeug so weit wie möglich beginnen, auch wenn Sie ohne Vorkenntnisse die Vorarbeit in den schweren Dampfherzen wie Mixer oder Küchenmaschine. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Philips Avent 2 in 1. Als Kampion und Idealkindernährung-Vorbereiter setzte sich die Philips Avent-Version. Es ist eine kompakte Saubere und Mixer in einem, mit dem gesunden Kinderessen zuerst fit to be gefesselt ist und danach sofort im Container gemischt und abgeschlossen. Fleisch, Fisch oder Bohnen können mit dem Gartgut gut gemischt werden, da der Mixer stark genug ist. Insgesamt ist die Handhabung sehr grundlegende sowie aufgrund der Leichtmischen durch Übergabe sowie Vollendung der verschiedenen funktionierenden Aktionen wie Wasser sowie den Dampfenden selbst einfach sind bequem. Durch unterschiedliche die Menge der Flüssigkeit, kann die Einheitlichkeit eingestellt werden. Gut daran, im Idealfall das fertige Ergebnis auf das Alter Ihres Kindes anpassen. Die Lungebox-Vorbereitung hat eine Fähigkeit von 800 ml und auch Sie können bis zu 450 ml in einem Rutsch mischen. Die kompakte 34,2 B24,4 B19,4 cm Modell verfügt über einen passenden Messbecher und eine Rezeptpublikation mit 12 Kindspeisen zusammen mit dem Hauptgerät, damit Sie so schnell wie möglich ohne jede Erwartung loslegen können. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren. Schauspiel mit der Lungebox-Vorbereitung und brewing Wesen aus dem Video zu sehen. Gavin, stark noch Polizmusik mit Kartei und kurken. Die Lungebox-Vorbereitung hat eine Lunge getrennt. Die Lunge-Vorbereitung hat einen Moment zu abonnieren. Weil, das war die Lunge, war die Lunge, war die Lunge. Und das war die Legebox-Vorbereitung durchbundige